Das Update System ist Tresap plus Zähne für Angriffskraft. Und Tresap plus Federn ist für Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Ah, ich weiß jetzt nicht. Mai, guck mal, ist meine Axt bei dir mit Zähnen bestückt? Nein. Okay. Gut, meine Axt ist jetzt mit Zähnen bestückt. Das sieht voll affig aus. Oh, die Feder. So, und ich gehe jetzt, äh, äh, Reha jagen. Ich muss, äh, aber ich glaube, ich sollte vorher nochmal Fleisch aufhängen. Das wäre, glaube ich, besser. Alter, liegt hier viel Holz. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, danke. Was denn? Oh, du atmet schon wieder. Und das war Sparky. Ich wollte was sagen, ich bin das nicht. Das sagst du immer. Du behalst mich schon, Peter. Ja, ich wollte. Ich war's auch nicht. Ich hab gefurzt. Okay. So, ein komischer Pupst. Ey, Axt der Peng, was geht ab? Der war halt, der los. Jetzt kommt der, was wird's wieder, der war halt langatmend. Ach, bleibt's weh hier. Kommt doch mal zu mir. Achso, hast du wieder Kollegas mitgebracht? Oh, 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 oh. Ich komm, ich komm, ich komm. Mission, Endlichkeit. Oh, ich glaube, du bist down. Du brauchst einfach zu laden. Ich komm immer an die Strecke. Ich kam doch. Ich räche dich doch gerade. Ich schieb den gerade dick meiner Axt in den Arsch. Was ihr um alle kommen müsst, ey. Oh, ich war's. Das war ein voll aufgeladener Schlag. Hat den nicht interessiert, ey. Also, auf jeden Fall habe ich dich gerächt. Die sind tot. Ich bin cover dem Blatt. Und wo halt's? Ja, liegt überall da rum. Oh, ey. War ich gerade am holen. Und wagen nicht durch schon was. Das habe ich schon. Also, dann ist das ziemlich unfair, Mike. Also, ich war gerade auf dem Weg zum Lager. Und? Ich bin auch immer auf dem komplett anderen Weg. Wie gesagt, ich war auf dem Weg zum Lager. Warte mal, jetzt interessiert mich mal was. Ich glaube. Okay. Okay, ich glaube falsch. Ich muss mal... Weiß ich nicht. Kriegt einer von euch Samen? Wenn er Bische kaputt haut? Das nervt dich jetzt irgendwie, ne? Mit den Samen. Ja, ich krieg halt keine. Das stört mich schon sehr. Oh, scheiße. Ich hab deine Treppe versehentlich weggemacht. Oh, Lava. Ich laber nicht. Ja, warte, ich mach's neu. Ja, das tut mir nicht leid. War nicht extra. Ich wollte eigentlich nur Steine weglegen. Ja, ich mach's neu. Mach's neu. So, ich häng noch mal Fleisch auf. Ich mach jetzt sowas kürzer. Aber irgendwie cool, so eine langgezogene Treppe. Wie hast du das jetzt eigentlich mit dem Kostüm-Ding hingekriegt? Also, bei mir hat das nie funktioniert. Oh, wie der den Wagen einfach nicht aus der Hand nehmen will. Also, ich hab da keine Probleme. Ich drück den einmal drauf, dann nimmt er noch seine Hand. Ja, ich drück da drauf. Da hat das. Ich drück drauf, dann hat das wieder weggetan. Hier liegen definitiv zu viele Körperteile, Alter. Hab ich hier nur gemacht. Ich hab unser Lager verteidigt, was ist los? Wir haben uns echt scheiß Position ausgedacht, ne? Bis du hier ankommst, bist du fast verhungert. Warum klaust du eigentlich die ganzen Loks? Wer? Lass mich mal essen. Ich hab die nur auf den Wagen gelegt, damit ihr dann ordentlich ass. Tut mir leid. Hä? Wie lange du gerade so viel lobst, wo du die Treppe ab... Drei Stück lagen da oder zwei. Alter. Ne, Wahnmänger. Nein. Ich hatte schon fünf Stück da drin gehabt. Das war dir jetzt ja mein Stück. Das kriegst du nicht alle wieder. Oder nein, du kriegst eigentlich alles wieder. Dann ist es so. Dann sind wir wahrscheinlich in der Hütte. Vier Stück brauchen wir noch. Dann kannst du dein heiliges Bett bauen. So, jetzt hab ich mein Handy nicht mehr. Wenn wir Handy wieder haben. Dann drückt auf jeden Fall nicht P und schittert nämlich die ganze Zeit Close. Probier's jetzt nicht aus. Oh cool, ich hab den, äh, Speer gefunden. Ja. Was heißt gefunden? Ja, der lag ja, ähm, Wasser. Ich hätte gerne zum Fischen einen. Nee, musste suchen. So an Teichen und so liegen hier rum. Das ist halt nur ein Weeksbier. Ja, also nur ein altersschwacher Stock ist das. Kann gar nichts. Äh, obwohl ich hier mitten in der Insel bin, leckt es wie Sau. Oh, es ist unglaublich. Komm her, warum nicht? Warum? Meinen Kochtopf hab ich nicht mehr. Nee? Nee. Ist gerade komplett gestorben. Ja, der ist halt, ja, klar, ist ja, der ist gestorben. Das sollten sie vielleicht mal ändern. Ah, aber jetzt zwei Handys? Nö. Okay. Das ist ja für die Leichenteiler. Ich hab mein, mein, äh, Pfirsichphone noch. Was hast du genommen? Was? Rehe, mein Holz. Oh, man, hier haben wir doch gerade einen Baum gefällt. Äh, hat einer von euch irgendwo Rehe gesehen? Ja, auf dem Weg vorhin hierhin. Ich muss auf jeden Fall mal Rehe finden, weil, äh, ja, weil ich so. Nein, aus, äh, Rehenfell oder Rehenleder, keine Ahnung, äh, kann man sich hier so einen Trinkbeutel machen. Aus zwei Stück. Solltet ihr beiden vielleicht auch mal in Betracht ziehen, euch einen zu machen. Dann nehmt ihr am besten das Wasser aus, äh, unseren, äh, Regenfäckern, da, unserer Regentonne, weil das ist kein schlechtes Wasser, das ist gesundes Wasser. Das ist das gute Stoff, der, der viel Spaß macht, ja, der gute Stoff. Das Regenwasser. Ja, sagst du doch. Sagst du doch einfach. Ja, der Regenwasser, das ist gute Zeug. Und ich bin gerade genau in eine Patrouille Eingeborener gelatscht. Happy Birthday. Sehr gut. Ja, ich wäre euch auch sehr verbunden, wenn ihr mal fertig bauen würdet, weil, äh, obwohl das Hauszeug müsste ich doch schon sehen. Ach da, ich laufe genau in die falsche Richtung. Ja, okay, jetzt ist noch klar. Ja, soviel zur Co-Kommentatorin, ne? Ja, aber... Aber? Was soll sie denn kommentieren, wenn er nicht live ist? Mag ich mich auch. Ja, ist geil. Ich muss aus euren Sätzen versuchen, in Zusammenhang zu machen, was ihr gerade macht. Ja, like a pro. Ich bin jetzt gerade dabei, Sparky zu retten. Ne, ich brauche nicht gerettet werden, also... Ich denke, du bist in der Patrouille gelogen. Ja, ich bin einfach weggelaufen. Ich bin doch, ähm, Feigling. Warum renn... warum sprinte ich hier dann los? Ach so, ja, gut. Ne, hier ist auch so ein schönes Fleckchen, hier ist ein See. Ich brauche noch ein paar Arme, äh, Arme, Arme. Arme? Hey. Hä? Ach so, da. Schau mal, hier, das ist doch auch mal, das ist doch mal eine fette Location, oder? Das sieht doch ganz hübsch aus, hier. Mal trinken. Ja, das sieht hübsch aus. Schöne Leichenteile. Äh, nee, sehe. Das sind aber hübsche Leichenteile, ja. Komm, das war fast richtig. Ich bin gerade auf der Suche nach Leichenteilen, ja. Und die Hälfte meiner Flares habe ich auch nicht wiedergekriegt. Liste. Was, die Hälfte deiner was? Lears. Lears? Lears. Nein. F-L-A-R. La? L-A-R-Teil mit S. Lars? Lars. Ja, vor dem Buchstab bist du Lars. F-F. F-F. Möse. Das? Was? Was? Möse? Was labert der? Meinst du Saaten? Getreidesaaten? Nee, ich finde hier gerade ganz viel Samen, aber hey. Warum findest du Samen, Alter? Ich finde keinen einzigen hier. Was soll der Scheiß? War meinst du falsch? Er hat sich die ganze Zeit einen runterholt. Es ist ja kein Wunder, dass er dann Samen findet. Achso, ich habe schon Samen. Zwölf Stück. Das ist mir nicht erst jetzt aufgefallen. Ich habe jetzt erst welche gefunden. Ja, ja, ja. Ja, das ist die Wahrheit. Nein, wir brauchen halt... Wir werden ja nicht immer diese Pillen finden. Deswegen brauchen wir auch mehrere Gärten. Da wächst dann Aloe Vera und so ein Zeug. Da können wir uns dann Energy Drinks und so basteln. Das war super. Habe ich meinen Walkman eigentlich noch? Mein Walkman ist auch weg. Ja? Ja. Okay, das ist scheiße. Jetzt habt ihr mir doch alles geklaut. Können wir ja gar nicht. Wie denn? Das ist gar nicht. Ich finde da immer eine Möglichkeit. So. Wo bist du? Muss mal Alex fragen. Aber du bist... Hat der mich schon eiskalt stehen lassen, der Arsch, ey? Ey, du warst doch gerade noch hinter mir. Ja, ich habe hier ein Geschenk für dich. Geh mal vom Haus weg. Das ist schön warm. Kombinier mal eine Flasche mit einem Stück Stoff. Kriegst du Dicke. Das ist ja wirklich eine scheiß Vogel nicht hier. Ja, weil der nicht nach oben schlagen kann. Er schlägt immer gerade aus. Kannst du auch nach oben gucken. Guck mal hier. Ich habe eine Feder. Fangen. Schmeiß mal. Schmeiß mal. Hier, guck. Da brennen die Büsche. Kickst du überhaupt? Was denn? Das schlägt nach Vögeln. Ich habe es doch gesehen, wie das da gebrannt hat. Hier, fang den Stein. Fängst du gleich eine. Geh doch mal zum Zelt und guck, ob der Topf da wieder ist für dich zum Looten. Ne, ich wollte schon. Ja, und? Ist nicht. Nein. Das ist sehr doof. Ich habe gerade den Fugeln Stein hinterher geworfen. Was machst denn du hier? Okay. Was ist gegangen? Wie sieht das? Ach du Scheiß. Wie sieht das denn aus, Alter? Oh, was gibt es denn? Wow, was ist das denn? Hallo für mich. Was denn? Ja, mitten hier in deinem komischen Gestell, das auch noch schlecht gebaut ist. Das konnte man nicht sehen vorher. Deswegen geht man ja auch immer rum. Mann, hör auf die aufzuregen. Darfst du das? Ne, der ist down. Der muss ja fragen, ob der hier in Ruhe zerlegen kann. Jetzt muss man hier echt hier noch so hüpfen. Ich repariere mal. Oh, ich kann nicht reparieren. Einer von euch sollte mal hier hinkommen und das Haus reparieren, sonst ist es gleich weg. Was soll ich denn das reparieren? Geht ins Haus und kick mal. Drei Triceps, um das Haus zu reparieren. Kann ich nicht. So, fertig. Boah, ich brauche noch einen Arm. Hier liegt noch eine alte. Ich habe nur noch einen Arm. Ich kann hier, ich kann die E-Taste drücken, wie ich würde. Ich komme nicht raus aus diesem Wagen. Ja, irgendwas machst du falsch. Nein, jetzt schmeißt du mich raus. Juni, da fällst du hier nur runter, ne? Und da sind schon wieder Eingeborene. Der steht hier oben drauf. Ja, aber wann kommt der jetzt zu mir? Ich habe den eigentlich runtergeschlagen. Und da verschlägt der jetzt mich? Arschloch. Leg dich nicht mit mir an. Arschloch. Ich habe einen Arm auch nicht damit. Es gibt nichts, um das auszubessern. Das gibt Abreißen. Kann man das abreißen? Wahrscheinlich nicht. Doch mit einer Bombe. Aber deswegen muss man ja hier ordentlich gucken. Das hier ist auch schon total kaputt. Wofür brauchst du denn den Arm? Für die nächste Falle oder für alle Abschreckungen. So. Jetzt ist halt nur die Frage, ne? Sind die jetzt hier drauf gespawnt? Oder? Also der war auf einmal da. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber trotzdem. Da muss schon wieder repariert werden. Jetzt häng ich hier fest. Ja. Wie gesagt. Ist gut durchdacht. Weiß ich nicht. Kannst du hier nicht noch so ein zweites Ding davor setzen, Scan? Ich überlege gerade. Ja, dann baust du das hier so mit da rein. Und dann sollte... Ah, scheiße. Ich häng fest! Ich komm hier nicht mehr weg. Ah, jetzt. Du musst ja nach vorne loben, zum Feuer hin. Ich setz mich erstmal hin. Super, ich häng mit dem Arsch in der Luft. Ist das bei euch auch so? Ja. Was ist das hier, Alter? Setz mich hier hin. Guck mal, wo ich sitze. Na super, auch noch mit dem Arsch in der Luft. Alter, wo sitzt du? Du sitzt ja ganz falsch. Na ja, ich muss mir erstmal hin danach machen. Oh, guck mal. Körper. Wahrscheinlich. Das ist aber irgendwie seit dem... Guck, jetzt sitz ich mit dem Arsch über dem Feuer. Wie ist denn da brennt deine Eier ab? Ist das so gemacht? Oder kann man so speichern da drin jetzt? Na, du kannst so da drin speichern. Da ist so ein Ding ins Cushions hier. Super, jetzt sieht man gar nichts mehr. Da siehst du gar nichts mehr. Ja, genau. Sieht man nicht mal mehr, wo man springen muss. Also, ich speichere jetzt mal. Ich hab schon. Soll ist, jetzt kann man sich sogar Slots aussuchen. Deswegen ist auch der Multiplayer-Spielstand nämlich weg. Den wir schon hatten. Warum konnte ich mir keinen Slot aussuchen? Weil, keine Ahnung, wegen der Milch. Ah, hier unser wunderschöner Gazzippo. Da können wir ja, weil sie nicht irgendwann mal Pilze draufharmen oder so. Über den Slot kannst du nur du aussuchen. Ja, das ist ja auch auf meiner Festplatte gespeichert, ne? Mikey. Was denn? Ich komme nur mal in den Wagen und komme mit. Ich hab keine Zeit. Ich muss Abschreckungsgedünse bauen. Wir sollen nur eben schnell elf Locks holen. Mach mal, komm. Merkst du den Fehler im Bild? Ja. Hält es auf, dass ich mal fresher werden wollte? Schöne Leichenteile. Geil. Ja. Ha. Habt gut was. Alter, ist die Mucke geil. Ja, die Fresse, der kommt auch mit mir. Geht voll ab. Ich hoffe, da ist jetzt hier nichts mit GEMA und so, ey. Wieso? Ist ja auch wieder im Spiel. Wir dürfen sie eigentlich nicht anpassen. Wir kennen ja die GEMA, ne? Sobald irgendwas mit Musik ist, da ist es ja nicht mehr gut Küchen essen mit denen. Ja, stimmt. Du wieder. Cool. Du, man kann das ablegen, ne? Kannst du? Ja, man kann, äh, den, den, äh, Walkman kann man hier, äh, den kannst du hier ablegen und so. Dann kannst du den mitnehmen, so, zum Lautmusik hören. Achso, ja. Wusste ich. Wusste schon. Echt? Ich wusste es nicht. Aber, ja, nichts mehr. Wohren ein paar Enggeborene. Ich will aber mal wissen, warum bei mir jetzt immer noch so viele Locks und so. Hat irgendwer irgendwo ein Bauwerk hingesetzt? Ja. Nein. Das war nicht weiterbauen? Das stimmt hier nicht. Warum? Das Bauwerk hier frisst die Locks. Man kann es auch nicht löschen. Kann doch nicht reinlaufen. Komisch, ne? Ja, hat der Skarner da auch wieder kaputt gemacht. Ich kann hier gar nichts dran machen. So. Das ist ja wieder super. So viel zu den Updates, ne? Scheiße, wir brauchen viele Spiele. Bitte? Bitte? Bei der Alpha, ne? Ja, aber trotzdem, also, bei einem Spiel hat schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren in der Alpha ist, ne? Kann ich ja nicht mehr erwarten, oder? Ich fühl's ja schon 10.000 Jahre. Du bist ja älter als 4.30 Jahre. Vielleicht einfach mal, äh, die Session neu starten. Nein! Nein! Niemals! Kannst du nicht von mir verlangeln? Natürlich. Ich weiß nicht so genau. Hallo? Hi. Hey, hier. Hallo? Jetzt hast du schon wiederholzt da drunter gemeint. Mal, die leg ich da hinten am, am, am Kälte holt. Das ist eine Ruhe. Habt euch lieb, bitte. Okay. Danke. Also ich hab da auch keine Anzeige für irgendwas, ne? Nicht? Müsst du mal... ...dann stellen. Ja. Hahaha. Hahaha. Ne, wenn ich hier versuche, äh, gegenzulaufen, dann werde ich abgeblockt. Als ob das schon fertig wäre. Loll. Mike, hier liegt ein Toter, wo ich bin. Ja, sind da noch A und B dran? Ja. Ich hab den ja grad frisch gekötet. Gekötet? Ja, den ausgekotet. Ins A. Tybe. Ne, jetzt mal ehrlich, äh, Spuck. Ja? Lass uns mal restarten. Oh, ich werd verfolgt, ey. Ja, da muss ich aber eben speichern. Ich hab jetzt so ein bisschen Angst davor zu speichern. Ich baue, äh, ich speichere jetzt einfach meinen zweiten Slot. Ich weiß nicht, äh, wollt ich... Ihr solltet euch auch neu speichern, oder? Ja, ja. Komm mal. Komm mir. So, am besten warte ich mal, bis ihr mit Sprechern fertig seid, dann speichere ich als letztes und dann... Hilfe, ich werd verfolgt. Okay. Hast du kein Pfefferspray mehr? Ne, hab ich ausgepupst. Für die Horde! Oh, schreckt. Oh, nimm das, Alter! Zack, da ist er down. Hat er da noch einen Snack dabei? Oh, ich hab gespeichert. Ich kann nicht mehr rennen. So, jetzt kann ich wieder rennen. Was war das denn? Habt ihr alle hier saved? Ich hab saved. Ich hab saved, du. Ich komm nicht da rein, Alter. Ist nicht wahr. So, dann speichere ich jetzt mal. Ich speichere mal... Warte kurz, warte kurz. Ah, worauf denn? Schön Wetter. Das sind doch eben die zwei Holz da reinschmeiße. In den Wagen, weißt du? Dann schmeiß mal schnell. So, jetzt. So, ich speichere das auf ein Slot 2, ne? Also für den Fall, dass das nicht weg ist, äh... Ja. Dann wollen wir mal gucken hier. Ich speichere die jetzt. Exit to main menu. Noch drin. Oh, ich hab ein Vogel auf meiner Hand sitzen. Cool. Ich sitze auf dem Feuer. Bei mir stehst du in der Luft. Oh, ich stehe bei mir ja auch noch rum. Ich geh mal ins Menü. So. Exit to main menu. So, ich hab euch beide jetzt eingeladen. Oh, ich hab euch schon ein weiteres Mal drauf gedrückt, aber irgendwie startet, macht der Spiel grad schon gar nicht auf. Ich hab den Profit noch mal eingeladen. Oh, nur Momento Probe vor. Ich nix sprechen ausländisch. Und hin so. Drückst du alt in vier Gedöns, hier geht auch immer das Spiel auf. Cool. Äh, was ist jetzt mit dir, Mike? Also du bist auf jeden Fall laut Anzeige drin. Ja, ich hab jetzt wieder Bild. Ist alles gut. Gut, Startgame. The following is an in development alphabet. Warum liess ich das eigentlich immer wieder vor? Jetzt kommt das Beste, ne? Das ist jetzt immer wieder ein Flugzeug. Ja. Obwohl, die haben das Speichersystem, wisst ihr ja nicht. Ja, das soll laut, äh... Wir kriegen ja mein Handy wieder. Den soll halt wieder hier, äh, wieder, also soll halt funktionieren. So, ich bin in der Hood. Ich bin, äh, im Dahlbütschen. Ich hoch. Und, äh, lässt sich nicht löschen. Ne. Aber ihr seid immerhin hier. Ich hänge grad irgendwie im, unter, mitten im Haus, unterm Haus, irgendwie. Ja. Ich seh deinen Kopf. Soll ich dich töten? Ja, ne. Guck mal, der Profit eingesperrt. Setz dich auf die Bank. Okay, das scheint anscheinend nicht zu funktionieren. Dann, ähm, wir könnten auch, äh, einen neuen Spielstand laden. Also, ich hab da vorher schon mal gespeichert. Du willst jetzt echt noch ein Ding davor setzen? Direkt so rein, weißt du? Ich hab hier auch nicht mal eine Anzeige für das Ding. Es ist zwar da, aber ich, äh... Beziehungsweise, es ist... Guck hier, ich eck dagegen an. Also, oh, jetzt kann ich durchspringen. Versuch's mal wegzumachen. Geht ja nicht. Ich kann ja nichts machen. Hier ist... Ich hab keine Anzeige dafür. Tja, jetzt wissen wir, warum das alles so ist. Der Scan, der hackt mein Game. Drücke mich hier irgendwie schon wieder, ne? Wo soll's denn irgendwo? Ich leuchte dir mal. Oh. Du musst halt deinen Gegner auch sehen können. Irgendwie bist du jetzt schwarz. Ja, aber du nicht mehr. Jetzt sind hier zwei von den Dingern am Backen. Echt? Bei mir ist da nicht mal ein zweites... Ist das scheiße? Aber das hört sich recht interessant an. Äh, ja, wir können auch einfach das alte nochmal laden. Chevron 1. Du, Chevron 1 aktiviert. Ja, genau. Chevron 2. Chevron 3. Genau. Macht alles Sinn. Äh. Hä, was soll... Ach, du hast mich gehauen. Arschloch. Ja, dann mach mal den anderen Spielstand. Ah, hilf ich, Brille! Stopp ich. Ja gut, dann machen wir jetzt mal eben den anderen... Geht schon mal raus. Äh, Mike, geh schon mal raus. Dann pizze ich auf das ja nicht. Okay. Alles klar. Exit zum Mainmenu. Dann laden wir einfach mal das zweite wieder. Jetzt halt nur die Frage, ob, äh... Ihr da schon ges... Also, ob ihr da noch gespeichert seid, hä? Das singt so. Wenn I'm not, dann have I my handy wieder. Ja, kommt halt drauf an, ne? Also, ich hab das schon... Ich weiß nicht, wann ich's gespeichert hab. Hoffen wir einfach mal, ich hab's gespeichert, bevor... Der Skander Ding gebaut hat. So, ich bin wieder da. So, ich bin wieder da. Wo ist der Ausgang? So, und das Ding ist auch hier. Okay. Und man kann's auch nicht entfernen. Ich steh schon wieder unterm Haus. Bank. Aber diesmal brennst du wenigstens nicht. Ja, gut. Äh, da würd ich sagen, äh... Da können wir auch mit dem Neuen weitermachen. Warum könnt ihr das alle abbrechen? Ich kann's nicht abbrechen. Also, da ist gar nix bei mir. Nö, 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 nö. Nö. Ne, gut, dann würd ich sagen, dann... Nö, 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 nö. Lassen wir's für heute. Der Skann hat sich einfach schon aus dem Staub gemacht. Also, für euch, für die Aufnahme hier, für das Let's Play, ne? Ihr könnt uns da hin und wieder auch mal dann, äh... Abends zugucken, so um 20.30 Uhr, wenn der Skann mal keine Parry-Ruder hat. Und das Spiel nicht total verpackt ist. ich auch aber das hat gar kein sinn weil nächstes mal kann ich essen echt ja gut dann bau dir einen eigenen ständer gesagt ist ja uninteressant weil wir machen das nächste mal mit der anderen mit dem anderen stand weiter da wo wir schon weiter sind gewesen sein werden tun er sich halt ein Snickers ja das tut es natürlich auch also Leute den Twitch-Account von Meisterscan schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung warum schlägst du mich ja ansonsten was bleibt mir noch zu sagen haut rein ciao mit V auch auch mit ö tödlö